Schönen guten Abend. Auch uns beschäftigt der gescheiterte Putsch in der Türkei am Freitag beziehungsweise in der Nacht auf Samstag. Meine Gäste sind Hakan Gördül von der UETD, eine Organisation, die der AKP nahesteht und zum Mitpräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Kann man das so sagen? Man kann es so stehen lassen. Gut, und Peter Pilz, Abgeordneter der Grünen im österreichischen Parlament. Herr Gördül, Ihre Organisation ist zweimal auf die Straße gegangen, jetzt seit diesem gescheiterten Putschversuch, einmal direkt in der Nacht und einmal gestern. Und Sie haben einen Tweet geschrieben, den ich mir da rausgesucht habe, wo Sie schreiben, an alle, die die Gelegenheit nützen, wieder die AKP, die Türkei oder den Islam anzugreifen, geht's alle scheißen. Emotionale Reaktion. War es auch, ja. Was meinen Sie damit? Das war mein privater Account. Das hat nichts mit der UETD zu tun. Wenn ich die UETD vertreten soll, dann ist das jetzt ein Klammer zu setzen und zu sagen, dass ich als private Person natürlich emotional sehr angetan war von den Sachen, die passiert sind. Es sind mehrere Angehörige von mir gestorben. Herzlichen Spilot. Danke. Einem wurde der Arm amputiert. Und das waren keine Leute, die in irgendwelchen NGOs zuständig waren. Das waren Leute, die auf die Straße gegangen sind, um für ihre Demokratie zu kämpfen. Und da, dass ich da emotional und temperamentvoll reagiere, ist für mich auch jetzt keine Schande, die ich jetzt verstecken oder schönreden möchte. Sie sind auf die Straße gegangen. Auch gestern, da war schon klar, dass eine große Verhaftungswelle nach diesem gescheiterten Putschversuch losgegangen sind. Inzwischen sind 6.000 verhaftet worden, darunter 2.700 Richter. Warum unterstützen Sie das mit Demonstrationen? Das ist jetzt sehr interessant, weil das, was passiert ist, war ein Putschversuch. Nicht gegen die Regierung, sondern gegen die gesamte Demokratie. Und so sollte das auch in einem demokratischen Land wie Österreich gesehen werden. Es wurden Kampfflugzeuge eingesetzt, um das Parlament zu bombardieren. Aber das, was schön war gestern, ist, dass sich die Opposition, die Regierung, die Leute, die NGOs und auch die oppositionellen Medien zusammengeschlossen haben, um gegen diesen Putsch zu stehen. Und wir haben nichts anderes gemacht, als diese Putschisten unseren Widerstand kundzutun. Und das eine hat mit dem anderen sehr wenig zu tun. Herr Bild, Sie hingegen haben ebenfalls einen Tweet abgesetzt, in dem Sie Erdogan als Diktatur bezeichnen und sagen, da hat die Türkei nun wirklich die Wahl zwischen Erdogan, Diktatur und Militärputsch. Es liegt an der EU gegen beide, die Demokratie zu unterstützen. Der Herr Gördus sagt, das war eine Unterstützung der Demokratie, alles, was jetzt geschehen ist nach diesem Putsch. Und der Putsch war gegen die Demokratie. Erdogan ist ja schließlich gewählter Präsident. Erdogan ist gewählter Präsident. Und niemand von uns würde jemals akzeptieren, dass das Militär einen gewählten Präsidenten wegputscht. Deswegen haben Parteien bis hin zur HDP, die von Erdogan verfolgt wird und deren Abgeordnete mit Gefängnis bedroht werden, trotzdem die türkische Demokratie unterstützt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber mein Gegenüber von der Erdogan-Propaganda hat eine Frage nicht beantwortet. Und die halte ich wirklich für... So eine Ausdrucksweise verbinde ich mir. Ja, tun Sie das ruhig. Wir werden noch deutlicher... Erdogan-Propaganda ist fehlend. Lassen wir den Herrn Pilz vielleicht seinen Satz zu Ende führen und Sie können dann gleich antworten. Da geht es genau um diese 2700 Richter und Staatsanwälte. Zum Ersten. Niemand hat jemals behauptet, dass das ein Putsch von Richtern und Staatsanwälten ist. Zweitens. Der türkische Präsident, der Stück für Stück einen schleichenden Putsch gegen die Demokratie, gegen die Pressefreiheit und gegen die unabhängige Justiz seit Jahren inszeniert. Und das Land möglicherweise, es meine persönliche Befürchtung, in einen Bürgerkrieg treibt. Nützt jetzt die Situation nicht, um das zu tun, was ich für völlig richtig halte. Nämlich die Putschisten, die Militärs vor ein Gericht zu stellen. Sondern um 2700 Vertreter und Vertreterinnen der unabhängigen Justiz zu verfolgen. Und so wie die EU und auch Österreich als Republik Recht haben, die türkische Demokratie gegen den Putsch zu unterstützen, so wichtig ist es auch für die EU und auch für Österreich, klar zu machen, dass wir in den Grundfragen wie der Unabhängigkeit der Justiz, der Pressefreiheit und der Abgeordneten auf der Seite der Demokratie und gegen den türkischen Präsidenten, seine Partei und auch seine Vertreter in Österreich stehen. Herr Götter. Also Sie müssen mal einiges richtig, also einige Begrifflichkeiten in das richtige Licht rücken. Wenn man sagt, der Putsch wurde nur durch das Militär, ist nur durch das Militär erfolgt, dann hat man nicht verstanden, was die Gülein-Bewegung in der Türkei seit 40 oder 50 Jahren eigentlich macht. Sie haben seit 40, 50 Jahren, und das ist auch allgemein bekannt, haben sie Legislative, Judikative und die Exekutive infiltriert. Sie haben Schlüsselpositionen besetzt, um dann skrupellos, wie wir vor zwei Tagen gesehen haben, zuschlagen zu können. Und das war ein Verzweiflungsakt. Weil eben diese Liste an Staatsanwälten und Richtern, die jetzt natürlich im Fokus der Regierung und eben der Sicherheitskräfte stehen, Stück für Stück dann aus den Bereichen, wo sie infiltriert worden sind, entfernt worden sind. Das hat nichts mit einer Opposition zu tun. Die Opposition nämlich in der Türkei ist mit der Regierung konform, dass diese Einheit, und damit meine ich nicht nur die HDP, da meine ich, dass diese Einheit, die sich in die Regierung und in Schlüsselpositionen in der zivil- und in der staatlichen Wirtschaft eingeschlichen haben, um dann Menschen mit dem Material und mit dem Kriegsgerät der türkischen Armee zu ermorden, an Hunderten... Kurz zur Aufklärung von den Zusehern und Zuseherinnen, die sich nicht so gut auskennen in türkischer Politik. Fethullah Gülen ist ein Prediger, der sich eigentlich erst vor kurzem mit Erdogan überworfen hat, erst vor wenigen Jahren. Und seit 2013 gilt diese Bewegung als Terrorismus. Das ist genau das, warum ich vorher den Begriff Propaganda verwendet habe. Es gibt nicht den Geringsten... Ich bin nicht der Verteidiger des Herrn Gülen. Ich halte ihn für nicht viel besser als den Herrn Erdogan. Aber der Punkt ist der, da gibt es keine Beweise, gar nichts. Wenn Sie alle unsere westlichen freien Medien... Und das ist in den USA auch noch... Und das ist ein Ablenkungsmanöver. Aber sagen Sie mir eins. Nennen Sie mir die Namen der Richter und Staatsanwälte in der Türkei, die an diesem Butch beteiligt waren. Und sagen Sie, was Sie getan haben im Rahmen dieses Butches. Ich bin erstens nicht hier da, um irgendwelche Namen aufzuzählen und eine Propaganda der AK-Partei zu machen. Es geht hier nicht um Erdogan. Das haben Sie anscheinend noch immer nicht begriffen, weil Sie selber polarisiert aus Ihrem Status nicht mehr sehen, als was Sie sehen möchten, Herr Pilz. Es geht hier um eine Demokratiebewegung, die das türkische Volk gegen eine Militärdiktatur angeführt hat, mit bloßen Händen gegen Panzer und gegen Kampfflugzeuge marschiert sind, um am nächsten Tag nicht gegen eine Militärdiktatur, in einer Militärdiktatur aufzuwachen. Und diesen Unterschied tun sich Leute schwer, die einem Erdogan unterliegen. Das heißt, alles von einer Erdogan-Paranoia aussehen. Und sie verpassen eine epische Sache, die das türkische Volk gestern gemacht hat gegen das Militär, im Namen der Demokratie. Als Vertreter eines demokratischen Wissens. Mein Gott, wichtig ist, dass jetzt ein Butch einmal abgewehrt worden ist. Und zwar von allen gemeinsam. Das ist der einzige Punkt, wo wir einer Meinung sind. Aber die Alternative darf nicht eine Erdogan-Diktatur sein. Das ist mit Sicherheit nicht die Alternative. Was glauben Sie, hat Erdogan vor, wenn Sie sagen, eine Erdogan-Diktatur? Er will ja ein Präsidialsystem einrichten, schon länger, indem er mehr Macht auf sein Amt konzentriert. Das haben aber mehrere Präsidenten auf der Welt. Ich bin kein Prophet. Aber wir können seit einigen Jahren beobachten, was passiert. Wir beobachten, wie die Pressefreiheit in der Türkei immer mehr eingeschränkt wird. Und ganz normale Journalistinnen und Journalisten, die bei uns ausgezeichnet würden, dort mit Gefängnisstrafen bedroht werden. Wir beobachten, wie Erdogan und seine Leute Stück für Stück die parlamentarische Demokratie angreifen, Sondergesetze schaffen, um Abgeordneten unter billigen Vorwänden die Immunität zu rauben und sie vor Gericht stellen zu können und damit die Mehrheit verändern zu können. Wir beobachten jetzt gerade die Ausschaltung der unabhängigen Justiz, die Präsidenten Erdogan, gerade rund um die ganzen Korruptionsvorwürfe, rund um ihn und seinen Nächsten, immer schwer beschäftigt hat. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, dass wir als Europäische Union und als Österreich nicht wollen, dass die Art und Weise, wie die Regierung mit der eigenen Bevölkerung umgeht und wie hier mobilisiert wird und wie hier zu den Waffen gegriffen wird und wie man aufeinander losgeht. Ich will in Österreich keine türkischen Verhältnisse und dem werden wir mit allen Mitteln entgegenbleiben. Da würde ich sehr gerne anschließen, die, die mit Waffen gegen das Volk losgegangen sind und die wurden auch vom Volk aufgehalten. Das türkische Volk hat gezeigt, dass sie denken können, agieren können und mutig sind. Teile des türkischen Volkes, es hat doch Jubel für die Panzer gegeben. Also wir haben beides gesehen. Haben wir das gesehen? Also ich habe wirklich durchverfolgt und Jubel für die Panzer, Jubel für die Panzer habe ich wirklich nicht bemerkt. Ich würde mich gerne dann auf ihre Quellen berufen, weil sie gesagt haben, sie wollen keine Probleme aus der Türkei nach Österreich holen. Dann würde ich sie doch bitten, ihre Parteikollegen, die Leviten vorzulesen, wenn sie eine PKK-Propaganda in Österreich machen, wenn sie PKK-Stände befürworten, wenn sie die Lobbyarbeit einer terroristischen Organisation, die international auch so als solches anerkannt ist, deren Lobbyarbeit offenkundig vor österreichischem Publikum, unverschollen, einfach zum Beispiel die Freilassung Ölscherlands oder die Streichung der PKK von der Terrorliste offenkundig verlangen. Ich würde diese Leute auch an den Pranger nehmen, weil diese Aktionen beleidigen sehr viele Oster-Türken oder Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund. Und das ist diese Doppelmoral, die es zu bekämpfen gibt, denn das eines führt zum anderen. Damit ziehen wir in Österreich noch gerne eine Antwort von Ihnen auf die PKK und dann sehen wir uns an, was auf den Demos passiert ist. Die Geschichte mit der PKK ist ganz einfach. Wir waren immer und werden immer sein Gegner von terroristischen Organisationen. Und auch wenn die PKK jetzt an den letzten großen Anschlägen gegen türkische Zivilisten wahrscheinlich nicht beteiligt war, sondern es sich um eine Splittergruppe handelt, das ist inakzeptabel. Aber wir haben in der Türkei eine Eskalation der Gewalt. Wir hatten vor wenigen Jahren noch einen Versöhnungsprozess zwischen türkischer Regierung und kurdischen Organisationen. Das hat Erdogan geopfert, um selbst mehr Macht zu bekommen. Und heute haben sie wieder Krieg der Regierung und ihrer Militärs gegen Teile der Bevölkerung. Und eines ist schon ganz klar. Wir sind bis jetzt mit diesen ganzen Bedrohungen in Österreich fertig geworden. Und wenn heute Regierungsmobilisierer von ihrer Seite, Erdogan-Mobilisierer, auf die Straßen gehen, bereits kurdische Geschäfte angreifen, Vorgärten eines Restaurants verwüsten, dann werden wir das so behandeln, wie das in jedem Rechtsstaat üblich ist. Dann wird die Polizei, dann wird die Staatsanwaltschaft sich das genau anschauen. Nein, nein, wir werden uns vom Verfassungsschutz genau berichten lassen, was Sie und Ihre nahenstehenden Organisationen damit zu tun haben. Und dann werden wir im Parlament sehr genau darüber reden, was wir mit politischen Aktivisten machen, die sich hinter dem österreichischen Vereinsrecht verstecken. Glauben Sie mir eines. Wir sind in der Lage, wir sind in der Lage, als österreichische Abgeordnete hier für den Schutz unserer Bevölkerung zu sorgen. Dafür plädieren wir genauso. Und das geht nicht, indem man zum Beispiel eine terroristische Organisation in Österreich fördert. Herr Görd, bleiben wir mal bei dem, was Herr Pilz angesprochen ist. Nicht alle haben mitbekommen, was gestern passiert ist. Wir haben jetzt, wir haben einen Zuspieler, da sieht man Bilder von der Demonstration gestern, die von der Linkswende von einer Organisation einberufen worden ist, aber vor allem dann angezogen hat Anhänger der ORTD, ihrer Organisation und andere türkischen Nationalisten. Hier sieht man die Maria-Hilfer-Straße in Wien, ein Lokal, das einer kurdischen Besitzerfamilie gehört, das angegriffen wurde. Der Gastgarten wurde hier so ziemlich zerstört. Polizei war sehr viel vor Ort und hat den Gastgarten vorher geräumt. Deswegen ist es zum Glück zu keinen Zusammenstößen mit Gästen gekommen dieses Lokals. Aber das war auch nicht das Einzige, sondern es hat auch vor zwei Wochen eine Demonstration gegeben, auch von Ihnen einberufen, wo es ebenfalls zu einem Angriff auf ein kurdisches Vereinslokal gekommen ist. Was ist da los, Herr Görd? Das müssen wir mal separieren, differenzieren. Also in eine Schublade stecken, das ist leicht, Herr Pilz. Diese Demo, wie Sie schon zuvor richtig gesagt haben, wurde nicht von uns initiiert. Es war keine OETD-Demo, es haben viele Vereine dazu aufgerufen. Und wir verurteilen jeden Angriff auf nicht nur kurdische Geschäfte, sondern auf jegliche Geschäfte. Die Leute denken, dass dieses Restaurant einem Angehörigen einer PKK-Gruppierung gehört, was falsch ist. Aber es ist eine Restaurantkette, die in ganz Wien vertreten ist. Richtig, und es ist falsch. Und da ist ein Missverständnis, eine Grundlage dafür. Wir haben auch mit den Leuten von dieser Restaurantkette gesprochen, die lehnen vehement einen PKK-Zusammenhang ab. Aber das wäre auch kein Grund, ein Lokal auf der Wienkotrasse anzureifen, oder? Ich denke, in gar keinem Fall sollte man sowas befürworten. Und dass die OETD und zum Beispiel der Vorfall vor zwei Wochen, den Sie erwähnen, das war eine Demonstration, die unter unserer Kontrolle perfekt abgelaufen ist. Da ist kein Zwischenfall gewesen. Erst nachdem sich Leute dort abgesplittert haben, um eben auf eigene Faust etwas zu unternehmen, die nicht gerade unsere Ideologie da vertreten. Da muss man wirklich differenzieren. Schauen wir uns auch ein paar Bilder an. Da haben wir ein paar von dieser Demonstration vor zwei Wochen. Das sieht man hier. Das ist im 15. Bezirk vor einem kurdischen Lokal. Was man hier ziemlich genau sieht, ist der Wolfsgruß, auch hier hinter der Polizei. Also diese zwei Finger, das ist der Gruß der grauen Wölfe. Hier sehen wir es nochmal ganz genau. Einer faschistischen Organisation türkischer Nationalisten, die bei ihrer Demonstration dabei waren. Wir sehen hier Löwestraße. Das ist da, wo die Demonstration begonnen hat. Das heißt, das war durchaus noch ganz lange, bevor sich irgendjemand abgesetzt hat von der Demo, sondern da, wo sie begonnen hat. Dieser Wolfsgruß steht für eine derzeit legitime Partei in der Türkei, die patriotischere Ansätze hat. Das hat nichts mit der URTD zu tun und nichts mit unserer Ideologie. Nur, wenn man sich über solche nationalistische Sachen aufregt, dann muss man sich, damit man keine Doppelmoral und Doppelzünglichkeit walten lässt, genauso auch über Abzeichen der terroristischen Organisationen aufregen. Weil sonst importieren sie solche chronischen Probleme nach Österreich und nehmen Gefahrpotenzial absichtlich und bewusst auf. Und das als Mitglied des Sicherheitsrates. Ich sage Ihnen eines, wir werden diese Probleme lösen, weil der österreichische Rechtsstaat und die österreichische Demokratie offensichtlich im Gegensatz zu den türkischen Einrichtungen dazu stark genug sind. Versuchen Sie nicht uns definieren. Wir sind hier in Wien, lassen Sie mich ruhig mal ausreden. Ich weiß es und wir sind beide österreichische Staatsbürger und deswegen erwarte ich von Ihnen auch, dass Sie unsere Rechtsstaatlichkeit und unsere Verfassung so ernst nehmen wie wir alle und ich glaube auch, dass Sie das tun. So, der entscheidende Punkt ist der, wenn das so weitergeht, wenn die Erdogan-Trupps gemeinsam mit faschistischen, rechtsextremen Aktivisten, den sogenannten grauen Wölfen, auf den Straßen weiter mobilisieren, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und die erste ist die, für die ich plädiere. Dass unser Rechtsstaat damit Schluss macht, ohne das Demonstrationsrecht einzuschränken. Um das geht es überhaupt nicht. Dass wir uns jetzt genau anschauen und wenn ich sage, wir, dann ist das der österreichische Rechtsstaat, was hier passiert ist, welche Verantwortung Sie tragen, welche Verantwortung die grauen Wölfe tragen, wie es zu diesem Gemisch aus türkischen Rechtsextremisten, Faschisten und Erdogan-Anhängern auf den Wiener Straßen gekommen ist, wie es zur Verwüstung, wie es zur Verwüstung... Nein, 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 schauen Sie... Das eine führt zum anderen, Herr Pilz. Das sind Ausreden. Jeder, der sich auf diese Art und Weise in Österreich verhält. Und ich habe das den Anarchos von diesen schwarzen Blöcken ganz genauso gesagt. Ich habe da null Sympathien auf der einen oder anderen Seite. Und wir werden vom österreichischen Rechtsstaat her schwarze Blöcke, Anarchos, Erdogan-Anhänger, die gewalttätig wären, graue Wölfe und türkische Faschisten genau gleich behandeln. Wir werden schauen. Und es ist wichtig, allen zu zeigen, dass wir unseren Rechtsstaat und die Menschen in Österreich schützen können, ohne ein einziges Grundrecht, wie etwa das Demonstrationsrecht, einzuschränken. Und das werden wir auch Ihnen beweisen. Herr Pilz, es ist das absolut nicht neu. Die Organisationen gibt es seit Langem in Österreich. Auch Demonstrationen gibt es seit Langem. Von den parlamentarischen Parteien hat man sehr, sehr wenig gehört dazu. Teilweise gehen sie ein und aus, zum Beispiel in Linz im Bürgermeisteramt. Und auch die Grünen haben den einen Abgeordneten, der immer aufgezeigt hat und sehr viel dazu gesagt hat, nämlich Afghani Dönmez, mittlerweile verloren. Und zwar eher auf Wunsch der Grünen als auf seinen Wunsch. Sie kennen meine persönliche Verärgerung drüber. Und ich habe auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich es für richtig gefunden hätte, gerade wertvolle Aktivisten wie Effi Dönmez bei den Grünen und im Parlament zu wissen. Das ist nichts Neues. Das habe ich auch damals gesagt. Der Appell richtet sich auch an Ihre eigene Partei, da genau hin zu sehen. Ja, aber nicht genau, wir schauen sehr genau hin. Der Punkt ist für uns jetzt ein anderer. Wir müssen einfach schauen, was steckt hinter diesen Erdogan-Mobilisierungen? Das kann ich Ihnen sagen. Was steckt da dahinter an türkischem Geld, an türkischem Regierungseinfluss? Was ist mit den Moscheevereinen? Was ist mit den Organisationen, die eng mit der türkischen Religionsbehörde, des türkischen Staates zusammenarbeiten? Ich will diesen Untersuchungen nicht vorgreifen. Ich kann heute nicht endgültig sagen, zu welchem Schluss wir kommen werden. Dann fragen wir doch den Herrn Gördö, weil Sie haben ja zumindest zu einer dieser Demonstrationen, von der wir sprechen, hat Ihre Organisation aufgerufen. Und in der von Freitag auf Samstag in der Nacht waren sehr, sehr schnell 4.000 Menschen mit sehr, sehr vielen türkischen Pfannen auf der Straße. Was steckt da dahinter? Es steckt ein Solidaritätsbekenntnis zu den Antiputschisten, die in der Türkei ihr Leben haben und gut riskiert haben. Um die Demokratie aufrechtzuerhalten dahinter. Was anderes dahinter zu suchen, ist nichts anderes, als tendenziös zu berichten. Und zwar gegen den Islam, gegen Moscheeverbände, gegen Leute, die aus der türkischen Community sich in NGOs zusammengetan haben, um dann noch mehr Segregation in diese Bevölkerungsgruppen hineinzubringen, Herr Pilz. Und Forschungen, warum der Zulauf zu Extremisten und extremistischen Organisationen so hoch ist, sagen allesamt, dass diese Ausschließung von vielen Leuten, diese Nichtannahme in die Bevölkerung, und anders ist es auch nicht möglich, wenn man dermaßen viele PKK-Anhänger in seinen Reihen hat, dass türkische Leute aus Österreich dann diese Partei wählen oder sich ja für diese Partei einsetzen. Weil Sie gesagt haben, Verfassungsschutzbericht. Darf ich kurz noch vorher nachfragen? Mit der Frage, was steckt dahinter, ist auch verbunden. Wie viele von diesen Leuten, schätzen Sie, die auf der Straße sind, sind österreichische Staatsbürger? Und wie viele sind türkische Staatsbürger? Also die in Österreich lebenden Türken haben, also Türken, Österreicher, ist ein Verhältnis von 50-50, also circa 50 Prozent von den 300.000 hier lebenden türkischen Leuten mit türkischem Migrationshintergrund haben die österreichische Staatsbürgerschaft. Aber mit diesem Verfassungsschutzbericht, den Sie sich genauer ansehen wollten, schauen Sie sich bitte an, auf der Seite 41 2013 Verfassungsschutzbericht steht ganz genau, dass die PKK lediglich oder maximal 10 Prozent der kurdischen Bevölkerung vertritt. Wenn man die Begriffe in Österreich nicht richtig setzt und PKK wiedermals mit Kurden gleichsetzt, dann kommen solche Zwistigkeiten. Aber Herr Gönig, können Sie mal sagen, was Sie meinen? Weil der Herr Pilz hat ja schon gesagt, dass er die PKK ablehnt und jede Form von Terrororganisationen ablehnt, inklusive der PKK. Sie haben relativiert. Was meinen Sie genau? Der Herr Pilz hat relativiert und das muss er auch tun, wenn er in seinen Reihen Leute hat, die nichts anderes machen als die PKK. Aber es sind jetzt keine PKK-Kämpfer in den Reihen der Grünen? Also können Sie vielleicht genau sagen, was Sie meinen? Weil das ist ein bisschen Nebelgranatenmäßig, was Sie da machen. Zuvor wurde zum Beispiel gesagt, auch wenn es eine Splittergruppe der PKK ist oder so, ist es abzulehnen. Aber Sie haben in Ihren Reihen Leute, die offenkundig, es ist ein ernstes Anliegen, die offenkundig, zum Beispiel die Frau Aslan, die offenkundig eine Propaganda, die Sie mir unterstellt haben, für die der PKK machen und somit ihre Partei unwählbar machen, für die Außertürkenden, die in Österreich ein Anliegen daran haben, dass hier Frieden in Österreich läuft. Sie verfügen nicht. Davon muss ich mich mal distanzieren. Wir haben von Frau Aslan so etwas nicht wahrgenommen, aber ich hätte gerne von Ihnen eine Antwort. Ja, das sind genau diese Methoden, die wir von Ankara bis Wien jetzt kennenlernen. Dass Menschen, die sich engagieren, die sich untadelig als Abgeordnete für die Verständigung etwa zwischen Kurden und Türkinnen und Türken einsetzen, dann beschimpft werden. Sie müssen sich vorstellen, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, weil es mir manchmal wirklich zu blöd ist, diese Herrschaften schleppen Transparente mit, mit einem Bild unserer Abgeordneten Beri Van Aslan, einer Tiroler Abgeordneten, keiner PKK-Abgeordneten, einer Tiroler Abgeordneten mit kurdischen Wurzeln und schreiben drauf, nehme ihr Foto, PKK-Gruppe. Okay, wissen Sie, was das heißt, wenn man eine Abgeordnete, eine Frau auf einem Transparente als Gruppe bezeichnet? Ist das Ihre Art, Politik zu machen? Ist das Ihr Frauenbild? Das ist nicht mein Frauenbild. Das war ebenfalls auf der Demonstration vor zwei Wochen. Natürlich, schauen Sie, diese... Ja, was sagen Sie dazu? Ja, ich sage... Ist das in Ordnung? Ich sage, es ist nicht in Ordnung, dass man Organisationen unterstützt. Wollen Sie das auf Ihrer Demonstration? Schauen Sie, lassen Sie mich aussehen. Es ist nicht in Ordnung, dass Sie Organisationen unterstützen, die ein freundliches Gesicht von einer netten Dame, aber auch als PKK-Multiplikator in Österreich dienen lassen und das mit unseren Steuergeldern. Aber das heißt, von dem Transparenten distanzieren Sie sich nicht? Ich muss mich nicht mehr dafür noch dagegen aussprechen. Wenn Sie eine österreichische Abgeordnete auf einem Transparent, auf Ihrer Demonstration als Gruppi bezeichnen, dann... Gruppi, wissen Sie, was das ist? Dann distanzieren Sie sich nicht davon. Wissen Sie, was ein Gruppi ist? Ja, ich weiß es sehr gut. Was ist ein Gruppi? Ich weiß es sehr gut. Das ist ein Anhänger. Das ist ein Anhänger von einer Sache. Ich habe noch ein paar mehr Dimensionen. Und das ist keine Beleidigung. Das ist eine massive Beleidigung von Frauen. Aber mich wundert schon nicht mehr, dass Sie auch das nicht verstehen. Also Sie wissen, dass das Gruppi ist. Wir haben ein Integrationsproblem. Da haben Sie vollkommen recht. Wir haben auch ein Integrationsproblem mit Aktivisten wie Ihnen. Und wir werden uns wirklich überlegen müssen, wie wir im Rahmen des österreichischen Rechtsstaates und der österreichischen Demokratie möglichst viele Menschen von den Straßen holen und versuchen, sie zu integrieren. Wir werden schauen, dass wir bei dieser Eskalation nicht mitmachen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir werden uns sehr genau anschauen, was da in Ihrem Sektor wirklich passiert. Wie da mobilisiert wird. Machen Sie das. Ich helfe Ihnen gerne dabei. Nein, wir werden das unlehre. Aber das Allerwichtigste ist, wir haben verglichen mit der Türkei in Wien und in Österreich relativ kleine Probleme. Das Allerwichtigste ist jetzt die Unterstützung der Menschen in der Türkei. Ich gebe Ihnen noch einmal in einem Punkt recht. Wissen Sie, bei einigen der Demonstrantinnen und Demonstranten in Wien, bin ich mir vollkommen sicher, aber ich kann das natürlich nicht beziffern, dass sie sich einfach nur ehrlich auf der Straße freuen wollten über die gute Niederschlagung eines Militärputschers. Aber was rundherum passiert ist, ist nicht zu entschuldigen. Und Sie tragen dafür, und das ist leider so die politische Verantwortung, Sie müssen diese Verantwortung tragen. Aber noch einmal zurück zur Türkei. Das ist jetzt eine Geschichte, die nicht Österreich allein lösen kann. Aber wir müssen eines klar feststellen und auch in Brüssel klären. Diese Türkei kann nicht Teil der Europäischen Union werden. Es ist sinnvoll, ein klares Signal nach Ankara zu schicken und die Beitrittsverhandlungen abzubrechen. Welche Türkei? Solange die Erdogan Türkei sich nicht wieder auf den Weg zurück zu Demokratie und Rechtsstaat macht. Ich plädiere als Abgeordneter der Republik Österreich für die volle Unterstützung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei gegen den Präsidenten, der gerade den Justizapparat säubert. Und wir müssen klarmachen, für diese Art von Politik ist in der Europäischen Union kein Platz. Leider, weil die Türkei für uns... Das ist aber etwas schwierig, Herr Pilz, weil ja jetzt gerade die Türkei einer der wichtigsten Partner der EU ist und ein milliardenschweres Abkommen abgeschlossen wurde zur Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage. Sie haben vollkommen recht und das ist eine ganz schwierige Situation. Die Türkei als Land und als Staat ist ein unglaublich wichtiger Partner. Aber ich frage konkret, was soll mit den Flüchtlingen passieren, die jetzt in der Türkei sind und wo die Türkei ein Abkommen geschlossen hat mit der EU, wenn Sie sagen, man soll das abbrechen? Das führt woanders hin, aber wir hätten mit den, und wir können auch immer mit den Flüchtlingen ganz was anderes machen. Ich stelle gerade mit Hilfe des österreichischen Parlaments ein möglichst großzügiges Hilfsprogramm vor Ort zusammen. Ich möchte nicht ins Detail gehen bei dieser Frage, nur festhalten, das ist ein wichtiger Partner der Europäischen Union mit dem... Ja, und das wird die Türkei auch bleiben, nur das... Herr Köhler, Sie haben, glaube ich, mehr Redezeit, aber Sie sind auch gleich wieder dran, ich werde es dann nachprüfen. Was wir festgestellt haben ist, und da muss man einfach lernen daraus, jedes Entgegenkommen wird vom Präsidenten Erdogan interpretiert als ein Blankoscheck noch weiter und noch härter gegen die Opposition, gegen die Medien, gegen die Justiz vorzugehen. Und die Europäische Union muss, auch wenn es manchmal schwer ist, aufhören, Blankoschecks auszustellen. Die Zeit der Blankoschecks für Erdogan ist vorbei. Wir brauchen die Türkei aus einem ganz wesentlichen strategischen Grund, weil die Türkei der Staat ist, der uns trennt und den wir auch brauchen von der heikelsten und gefährlichsten Zone der Welt und das ist der Nahe Osten. Und da ist es viel besser, eine Türkei als Partner als als Gegner zu haben. Nur Partnerschaft setzt voraus, dass man gemeinsame Grundlagen hat und dass das, was man miteinander vereinbart, auch hält. Und mit Erdogan geht das leider nicht. Herr Görde. Also, es sind mehrere Punkte, die aufgekommen sind, aber alleine die Tatsache... Ich hätte gerne eine Antwort auf das, was es am Schluss war. Mit Erdogan geht das nicht, sagt Herr Pilz. Was sagen Sie darüber? Was wäre denn passiert, wenn die Putschisten den Putsch wirklich vollführt hätten? Was wäre mit den drei Millionen Flüchtlingen, die in der Türkei jetzt passiert sind? Wären die dann noch immer dort gewesen? Oder hätten die Putschisten, die stark durchaus vermutbar nationalistischere Tendenzen aufweisen, die nicht Richtung Europa gelassen? Wieso können europäische Nationalratsabgeordnete so unverantwortungslos gegen jemanden reden, der bisher die Probleme eigentlich von Europa nicht wegen Europa, sondern wegen der Menschenwürde ferngehalten hat? Wie kann man nur von einem hohen Ross aus reden, während Europa die Flüchtlinge im Mittelmeer hat versinken lassen, dass man die Menschenrechte und die Demokratie vorbildlich hier lebt? Nachdem diese Krise losgegangen ist und die Flüchtlinge vor den Grenzen in Griechenland gestanden sind, hat man Menschenrechtskonvention vergessen. Man hat vergessen, was das Flüchtlingsabkommen in Genf zu bedeuten hat. Alle Abkommen, das Schengen-Abkommen ist sogar dann nicht mehr relevant gewesen. Das heißt, diese hohe Wertegemeinschaft, die gibt es nicht. Das ist eine pragmatische Wertegemeinschaft, die auf ihren eigenen Nutzen fokussiert ist. Und das sage ich als Österreicher und als Europäer. Und das finde ich schade, dass man hier von seinem hohen Ross aus sagt, wer von der türkischen Regierung zu wählen ist. Herr Nationalratsabgeordnete, dann bringen Sie doch bitte einen Antrag ein, dass ab sofort die österreichische Bevölkerung die türkische Regierung wählt. Die Türken haben diese Partei gewählt und die Opposition und die Türken haben sich gegen eine Militärdiktatur gestellt. Es ging hier nicht einmal um Erdogan. Erdogan wäschen können Sie jeden Tag, das tun Sie auch jeden Tag. Lassen Sie keine Gelegenheit aus. Aber heute geht es nicht um Erdogan, nicht um die AK-Partei. Heute geht es um den Kampf der Demokratie, von dem wir sehr viel lernen zu haben. Ich habe noch zwei kurze Fragen an Sie, wir sind relativ lange schon in der Zeit. Sind Sie für die Einführung der Todesstrafe, über die jetzt diskutiert wird? Ich persönlich bin nicht dafür. Und eine Frage noch. Ich habe ja durchgesehen, was auf sozialen Medien zu diesen Demonstrationen in Wien geschrieben wird und sehr, sehr viele Österreicher ohne türkischen Background sagen jetzt, wenn Ihnen Erdogan so gut gefällt, dann sollen Sie doch in die Türkei gehen. Das ist eine typische Reaktion darauf, wenn Menschen mit türkischen Fahnen in Wien marschieren. Was ist Ihre Antwort darauf? Es gibt tatsächlich, also um auf diese banalen Ausdrücke zurückzukommen, es gibt tatsächlich eine negative Migration in die Türkei. Das heißt, es kommen mehr, Herr Pilz wird das wahrscheinlich wissen, es reisen mehr Leute mit türkischem Migrationshintergrund zurück, als wie sie herkommen. Weil es passieren einige gute Sachen, die man leider durch die Scheuklappenpolitik und den Erdogan, wie ich ihn nenne, die Symptomatik, dass man durch Schubladen, AKP, Islamist und so weiter, die Realitäten dort gar nicht mehr wahrnehmen kann. Ist auch nichts Schlimmes. Aber dieser Vorwurf, diese Angst der österreichischen, der Bevölkerung ist auch berechtigt. Ich denke, dass Integration nicht passiert ist. Ich denke, da hätten auch die Grünen mit anpacken müssen. Durch die Fehler, die ich zuvor angesprochen habe, konnte das leider nicht passieren. Wenn Integration passiert wäre, dann wären mindestens genauso viele Österreich-Flaggen bei diesen Demonstrationen zu sehen gewesen, wie türkische Flaggen. Da wären mindestens genauso viele österreichische Slogans gefallen, wie türkische Slogans. Und das ist nicht nur die AKP-Anhängerschaft oder die grauen Wölfe, die so da deklariert werden. Das ist die breite türkische Community, das ist die breite muslimische, ausländische Community, muslimisch oder nicht muslimisch, die leider keiner Integration in Österreich vollzogen worden sind. Danke sehr. Herr Pilz, ganz kurz, was ist Ihre Antwort auf diese Aufforderung? Dann sollen Sie doch in die Türkei gehen, wenn Sie auf die Straße gehen mit türkischen Flaggen. Wir werden insbesondere österreichische Staatsbürger und in der Hälfte der Fälle handelt es sicher um Österreicher und Österreicherinnen nicht zu behandeln. Nein, wir werden den Dialog suchen, wir werden versuchen, das möglichst vernünftig zu lösen und wir werden schauen, dass wir die Extremisten und diejenigen, die zu Gewalttaten aufrufen oder sie begehen, von der großen friedlichen Mehrheit trennen, so wie wir das immer versuchen. Und man sieht ja eines, wenn es nicht um seinen Präsidenten und seine Partei geht, ist ja vieles von dem sehr vernünftig, was er über Integration sagt, was er über das Versagen der Europäischen Union sagt, was er über die politischen Probleme in Österreich sagt. Ich habe nur von einer anderen Entwicklung Angst. Ich möchte auch nicht, dass diese Konflikte die Leute wie Sie auf die Straße tragen, auf dem Rücken unserer, und ich sage unserer, türkischen Bevölkerung ausgetragen werden. Ich möchte nicht, dass das bei uns so eskaliert, wie es bereits in der Türkei eskaliert ist, dass Menschen sich fürchten müssen, die einen oder die anderen. Ich will, dass sich Menschen, die aus der Türkei oder aus der Steiermark nach Wien gekommen sind, wie ich, hier sicher fühlen können. Und deswegen müssen wir uns die Extremisten und das, was dahinter steckt, rechtzeitig vornehmen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Wenn Sie das nächste Mal demonstrieren, werden Sie immer bei uns Befürworter haben für das Demonstrationsrecht. Das steht nicht zur Diskussion. Ganz anders als in der Türkei. Wir leben hier nicht im Kesi Park, sondern unser Park ist der Stadtpark und das ist ein Zentrum der Demokratie. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Was mir wichtig ist, ist, dass wir so wie wir das gewöhnt sind, in aller Ruhe uns jetzt alles anschauen und als Abgeordnete dieser Republik unsere Schlüsse daraus ziehen. Und darauf können Sie sich verlassen. Wir werden unsere Schlüsse ziehen. Da gebe ich Ihnen einen gut gemeinten Tipp. Schauen Sie sich das bitte nicht aus Ihren eigenen Reihen aus an. Setzen Sie sich mit Vertretern. Das müssen nicht wir sein. Setzen Sie sich mit Vertretern der türkisch-austartürkischen Community, muslimischen Community und haben Sie ein aufrichtig offenes Ohr für die Probleme dieser Gemeinschaft. Denn Integration erfolgt nicht von Ihrem Schreibtisch aus, sondern da müssen Sie beidseitig Hand in Hand mit der Bevölkerung gehen. Und mit marginalen Vertretern. Die Bevölkerung war nie unser Problem. Ich danke Ihnen beiden für diesen persönlichen Schluss. Danke für die Diskussion. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wenn es Ihnen gefällt oder wenn Sie es interessant finden, dann teilen Sie den Link. Danke fürs Zusehen.